Was geht ab, Leute? Heute wieder ein neues Video von mir. Ich weiß, es kamen lange keine Videos mehr. Ich war in der Heimat, hab meine Familie besucht. Dann war ich noch lange Zeit in Stuttgart, hab sehr viel trainiert, hart trainiert. Morgen kommt auch wieder ein richtig geiles Video. Da hab ich ein Sparring gemacht gegen einen MMA-Profi. Uh, endet auf jeden Fall blutig, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Und ja, ihr habt es schon im Titel gelesen. Ben Fresh hat Angst vor mir. Und ich hab da sowas gesehen. Ben Fresh ist wieder in Deutschland, meine Damen und Herren. Wie ihr mitbekommen habt, machen Ben und ich ein Sparring gegeneinander. erst endlich wieder in Deutschland. Und ja, Ben, das geht jetzt raus an dich. Wann kommst du nach Berlin? Ich weiß, jetzt, wo du in Deutschland bist, bekommst du langsam die Angst zu spüren. Die Angst überkommt dich, dass du jetzt bald gegen mich ein Sparring machen musst. Deswegen, ich geb dir noch ein bisschen Zeit. Lass uns doch einfach so sagen, drei Wochen ungefähr, machen wir so den 12.09. Komm einfach hier hin. Ich hol dir auch einen Schlafplatz, wenn du willst. Biete dir eine Unterkunft. Komm einfach nach Berlin und lass uns das Sparring machen. Warum geb ich dir noch ein bisschen Zeit? Du bist gerade erst aus Amerika gekommen. Hast vielleicht noch Jetlag. Hast jetzt erst realisiert, was du da in Amerika gesagt hast. Alles gegen mich. Ich weiß, du musstest dich ein bisschen aufspielen, damit man nicht merkt, dass du Angst hast. Aber jetzt realisierst du es endlich, dass wir wirklich ein Sparring gegeneinander machen werden, Bro. Natürlich verfolge ich Ben auch auf Instagram. Jo. Mirko, keinster Mensch auf diesem Planeten. Das war mein Bruder Petrox. Er ist komplett verrückt. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, checkt ihn unbedingt ab. Zu lustig, der Typ. Leute, ich hab mir was Kleines überlegt. Da hier gerade viele in der WG sind, frage ich sie einfach mal, was die denken, wer das Sparring gewinnen wird. Ich oder Ben? Ben oder ich? Wer weiß? Let's go. Petrox, was denkst du? Wer gewinnt das Sparring? Ben oder ich? Wer ist Ben? Natürlich Mirko, Alter. Jo, Kai, was denkst du? Wer gewinnt das Sparring? Ben oder ich? Wer ist Ben? Ben wer? Hä? Mirko. Jo, Henry, was denkst du? Wer gewinnt das Sparring? Ben oder ich? Ben nicht. Jo, Dennis, Bro, was denkst du? Wer gewinnt das Sparring? Ben oder ich? Ganz klar du, Bro. Danke, Bro. Was will dieser Ben? Wer ist dieser Ben? Ich verfolge Ben Fresh natürlich auch auf Instagram. Hab schon gesehen, er ist fleißig am Trainieren. Und ja, weil ich hier zur Zeit nicht so viele Videos produziere über mein Training, bin sehr, sehr, sehr aktiv auf Instagram. Zeigt da sehr viel von meinem Training. Und Ben zeigt auch sehr viel von seinem Training da. Deswegen checkt uns mal beide ab auf Instagram. Ich gönne. Checkt uns beide ab. Wir biefen uns auch heftig viel. Jeden Tag eigentlich über Instagram. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns beiden auf Instagram. Aber folgt an der ersten Stelle auch mir. Und vielleicht haben es auch einige von euch gesehen. Ben postet ab und zu komische Bilder von mir auf lustig. Ich kann selber drüber lachen. Ich nimm es mit Humor. Aber wie gesagt, das macht er, weil er Angst hat. Und damit kann er das besser verarbeiten, Leute. Und das war es auch eigentlich schon mit dem kurzen Video. Ben Fresh, du bist jetzt wieder in Deutschland. Lass uns das Sparring durchziehen. Alle da draußen wollen es sehen. 12.09. Komm vorbei. Und dann geht es ab in den Ring. Ich habe schon alles abgeklärt mit meinem Trainer Risto, mit meinem Mentor. Komm vorbei. Ich bin ready. Ich freue mich drauf. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Folgt mir auch jetzt unbedingt auf Instagram. Erster Link in der Beschreibung. Und ja, morgen 19.00 Uhr das Sparring gegen den MMA-Profi. Endet blutig, Leute. Wir sehen uns heute rein. Peace.